Konnichiwa meine Anime und Gameotakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Uncharted 4. Wir haben Sam wieder gefunden und wir haben dieses, äh, ja, Symbol hier gesehen. Der Totenkopf von Avery. Denn Sam und Nathan, sie bekommen sich langsam in die Haare und das ist nicht gut. Weil halt unsicher ist, ob sie diesen Schatz finden werden. Ich schau mich erst mal hier um. Was ist das hier? Zwei Schlüssel über Kreuz. Hm. Schlüssel, die Thron öffnen. Hm. Wer weiß, wer weiß. Ich schau mich auch hier gerne in den ganzen Ecken um. Im letzten Part mussten wir ja auch, ja, uns an die Gegner vorbeischleichen. Hat nicht so ganz perfekt geklappt, aber... Das wäre nicht gut. Aha. Ja, positiv denken, alles klar. Huch. Da wollte ich jetzt nicht wirklich hin. Ich wollte eigentlich gucken, ob es, äh, ja... Ob da ein Schatz oder so ist, aber es ist irgendwie ein gleicher Weg, der sich kreuzt. Ich schau mich natürlich gerne um und... Ich sehe mir auch die beiden Wege an. Man weiß ja nie, ob hier irgendwas in der Ecke ist. Aber hier ist anscheinend nichts. So, gucken wir mal. Aber diese ganzen fliegenden Viecher und so hier... Boah, ich kriege hier irgendwie so voll die... Ja... Gänsehaut. Ich finde das cool, wenn die Hose nass wird. So diese dunkle Stelle, dann sieht echt cool aus. Und wie ihr auch schwitzt, man sieht das hier voll. Jetzt geht der einmal durch sein Haar. Alles klar. Hier oben? Da kann man rein, okay. Ich schaue mal kurz aber noch. Ähm. Ja, von hier sind wir ja gekommen. Ich laufe hier gerade, glaube ich, im Kreis, oder? Oder? Da laufe ich gerade im Kreis. Anscheinend. Okay. Ich versuche einfach ein paar Schätze zu finden, falls ich hier irgendwas sehe. Hier war ich noch nicht so wirklich. Ähm. Doch. Okay, doch war ich. Ich habe bloß die Tür nicht gesehen. Die von Wurzeln verdeckt ist. Okay. Hier scheint anscheinend nicht zu sein. Denke ich mal. Ich kann natürlich auch falsch liegen. Hier wird bestimmt irgendwo ein Schatz rumglitzern. Aber ich sehe es nicht. Oder es ist irgendwo oben versteckt. Wer weiß. So, wir müssen jetzt hier hoch. Und dann können wir hier runter. Und dann geht es hier weiter. Hallo. Das wäre nicht schön. Da könnte man theoretisch durch. Ähm. Hier könnte man auch durch. Was ist hier? Da kann man was schieben. Hm. Okay. Ich hoffe, man kann auch wieder zurück. Weil ich wollte mir eigentlich dieses kleine Loch angucken. Sam, hier lang. Okay. Ich bin durch. Okay. Hallo, hier lang. Bin ich, wo ich lang soll? Ja, stimmt. Kann ich auch wieder zurück? Ich würde das mal jetzt austesten. Sonst habe ich jetzt ein Problem. Scheiße. Da war nämlich noch so ein kleines Loch. Das habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Verdammt. Wer weiß. Vielleicht war da irgendwas dahinter. Aber ich weiß nicht, ob er da durchgepasst hätte. Scheiße. Ich weiße. Mist, Mist, Mist. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass man wieder zurück kann. Aber scheint nicht so der Fall zu sein. Das ganze Gekrieche ist ein gutes Oberschenkeltraining. Ja, das stimmt. Hier kann man runter. Hier geht es aber auch noch weiter. Das Gekrieche hat aber auch einen Nachteil. Warte mal. Okay. Kann ich jetzt wieder nicht da runter? Ey, Mann, das gibt es doch nicht. Kann ich nicht mehr wieder da runter? Ist das dein Scheißernst? Oh, das gibt es doch nicht. Dann bin ich schon wieder an irgendwas vorbeigelatscht. Ach, fuck. Kann ich echt nicht mehr zurück? Wie kack ist das denn? Ich weiß es nicht. Ich will wieder zurück. Das ärgert mich gerade. Weil da hundertprozentig, dass man da halt irgendwas gefunden hätte. Das ärgert mich jetzt gerade. Komm schon, ey. Ich will da wieder rein. Was ist unfair? Mann, da nimmt man immer... Warum finde ich auch die richtigen Wege? Das kotzt mich gerade an. Seht ihr da diese Lücke? Ach, verdammt. Hätte man locker irgendwas finden können, da bin ich mir sicher. Scheiße, scheiße. Ärgert mich gerade wirklich. Könnte ja nochmal neu den Spielstand laden, aber das würde das jetzt bringen. Kacke halt. Amen. Ach, halt die Klappe. Hast du was? Ähm, ja. Vielleicht? Das musst du dir ansehen. Mann, ich ärgere mich gerade. Sei leise. Ich kann mich jetzt nicht freuen. Hm. Das sieht aus wie eine... Eine richtige Stadt. Wow. Okay. Ich freue mich trotzdem nicht, aber ich bin beeindruckt. Was siehst du? Keine Häuser. Breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja. Vielen Dank auch, Nathan. Komm schon. Was siehst du? Du willst es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte? Okay. Libertalia. Libertalia! Das lange, verschollene, legendäre Piraten-Utopia entdeckt nach 300 Jahren von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich hab immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Sch, sch, sch. Genieß den Moment. Ist das ein Doof-Kopf, ey? Das gefällt mir. Die beiden sind echt super. Wo willst du anfangen? Wie wär's mit dem Gebäude da drüben? Du meinst das mit den Wachtürmen? Ja. Sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an. Also wenn man jetzt in jedem Haus hier rein kann, dann sage ich Gute Nacht. Weil, oh mein Gott, ist das groß. Ja! Das ist für dich also sprachlos. Ja, das ist wahrscheinlich so eine andere Art, sprachlos zu sein. Wie können wir dann wohl gebaut haben? Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Wie konnten die das hier alle Jahre geheim halten? Gute Frage, ey. Weiß ich auch nicht, wie man sowas geheim halten kann. Aber es ist ja auch ziemlich versteckt und gibt's nur Hinweise. Oh, das ist ohne Schatz, ist das ein ziemlicher Fund. Oh, ja. Alcasa hat das anders gesehen. Können wir das nicht einfach mal genießen? Ich genieße es. Aber wir haben ein Ziel schon vergessen? Vertrau mir. Ich kenne das Ziel. Mehr sage ich nicht. Okay. Okay. Ich finde diese Gespräche immer ziemlich cool, die man führen kann. Und ich werde hier hundertprozentig die ganzen Schätze, die es hier gibt, sowas von nicht finden. Lieber Talia. Richtig cool. Weil, der auf dem Turm zeigt. Schatzkammer? Gute Frage. Das werden wir uns natürlich auch ansehen. Aber ich glaube, in diesem Part werden wir uns erstmal die Stadt hier so ein bisschen anschauen. Das ist nämlich so beeindruckend. Und hier wird es bestimmt auch Wege geben, wo man Schätze und so findet. Und ich werde mir hier alles genau unter die Lupe nehmen. Auch wenn ich vielleicht an Schätzen vorbeikomme, die ich nicht sehe. Aber ich gebe mir Mühe. Zum Beispiel hier kann man rein. Und da ist etwas. Man erschreckt mich doch nicht so. Ist ja geil. Nice. Was wollten die hier? Was wollten die hier? Wer, die Siedler? Ja. Ich meine, du tust dich mit diesen berüchtigten Gesetzlosen zusammen und was dann? Vielleicht. Einfach ausruhen. Zuflucht suchen. Ein Grog genießen. Es gibt Schlimmeres. Ah, stimmt wohl. Dafür musst du immer Avery Statue sehen. Hm. Hast du dich schon mal gefragt? Hey, hast du, äh, dich schon mal gefragt, wo wir heute wären, wenn wir uns anders entschieden hätten? Zum Beispiel deine Zaubershow zum Beruf zu machen? Nein, das, das war eine gute Option. Aber keine realistische Option. Weißt du was, du bist bloß neidisch. Warst du schon immer. Ist ja cool. Wie das Leben gewesen wäre. Nein, ich meine, wie wir unser Leben heute, wenn wir nicht angefangen hätten, Leute zu jagen, die schon seit Jahrhunderten tot sind. Glaubst du, wir hätten dann so etwas wie ein normales Leben? Hm. Normal. Du meinst, am Thanksgiving sitzen alle zusammen an einem Tisch, zeigen sich gegenseitig ihre Babyfotos, sowas in der Art? Nein, nein, danke. Nichts für mich. Mir gefällt unser Leben. Ja, die alte Leie. Komm schon, wir. Wir sind glückliche Männer. Das nennst du Glück? Andererseits war ich die letzten 15 Jahre lang weggesperrt. Also ist das wohl relativ. Okay, da hast du recht. Das ist viel besser als Gefängnis. Ja, ist schon cool. So ein kleiner Smalltalk hier auch zwischen den Brüdern. Mein Krug ist leer. Ja, ich wollte gerade sagen, die Bedienung hier ist echt mies. Oh Mann, ey, die beiden sind so super. Finde ich auch echt toll, dass man hier so zehn hat. Dieser Ausblick hier, das Gequatsche und so. Sind auch interessante Themen, finde ich. Weil sie halt auch über sich reden. Darüber nachdenken, was gewesen wäre, wenn nicht diese Abenteuer im Vordergrund gewesen wären. Alles richtig cool. So, und alles schief hier, ey, das ist ja cool. Richtig cool. So, was ist das hier? Wenn da noch was drin ist. Ein Schüttel. Sieht schon cool aus. Das ist auf jeden Fall Alkohol. Wenn da was drin ist, kann man auch bestimmt trinken. Hält ja ewig das Zeug. Was ist das hier? Ein Töpfchen. Habt ihr da reingemacht? Nicht Spaß. Ist schon cool, dass man hier so die Sachen untersuchen kann. Kann man rüberspringen. Kann man hier hoch irgendwie? Sehe ich gerade nicht so. Ist auch noch ein Fenster. Ich weiß ja nicht, ob wir da schon waren. Ja, doch, okay. Boah, Mann, ey, erschreck mich doch nicht immer so. So, ich finde, ich hab mich hier noch nicht genug umgesehen, in diesem Raum. Hier unten geht's auch noch weiter. Mal gucken. Muss aber gleich nochmal nach oben, weil da war etwas, was ich mir noch nicht angeschaut habe. Oh, ja. Wer weiß, was drin ist. Ja, die Piraten, die haben sich halt ihr Hirn rausgesoffen. Ich wette, hier sind so Schätze und ich seh die nicht. Die sind dann so eklig versteckt. Das kotzt mich jetzt schon an. Dass ich die nicht finde. Ja, wohl nicht so ein guter Schatzjäger. So, Moment. Moment. Ich weiß ja nicht, ob da überhaupt was ist, wo ich es gesehen habe. Okay, das wäre nur die Seite gewesen. Ich wollte nur nochmal sicher gehen. Oh, hier kann man auch rüber. Warum nicht? Man weiß ja nie, wo mich das hinführt, ne? Aber hier hin, wo wir halt schon waren, okay. Aber es wäre cool, dass man überall hier so klettern kann. Das Problem ist, ich kann hier nichts machen. Okay. Wollte eigentlich aus dem Fenster hier raus. Einfach mal gucken. Vielleicht kann man noch irgendwie so hochklettern, ob es da noch irgendwas gibt. Man weiß ja nicht. Wir verstecken ja gern hier Sachen. Nee. Okay, das wäre das Haus jetzt gewesen. So, was ist das hier? Das sieht aus wie ein Stall. Aber ziemlich heruntergekommen alles. Da oben gibt es da auch noch einen Weg. Also noch eine Etage. Hier ist noch etwas. Pferdeknochen. Sie sind noch angebunden. Als ob sie zurückgelassen wurden. Aber warum? Hm. Vielleicht mussten die Leute fliehen. Oder sie wurden fortgebracht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Das stimmt. Hier stimmt wirklich was nicht. Die sind echt noch alle angebunden. Was ist hier wohl passiert, hä? Gute Frage. Bleibt mal stehen. Was meinst du? Naja, du weißt schon, nichts wird ewig, stimmt's? Ich mache hier Witz über verfluchte Piratenschätze. Aber nach all deinen Geschichten... Tja, die einfachste Erklärung ist meistens die richtige. Ähm, meistens. Hm. Was ist hier passiert? Vielleicht wurden die überfallen. Kann ja auch sein, da sind die abgehauen. Aber da müssten wir halt auch menschliche Leichen finden. Also die Knochen. Würde das ja keinen Sinn ergibt, wenn wir nur Tierkadaver finden. So, und jetzt möchte ich mal hier hoch. Ach nee, komm schon. Geht's doch da rein. Geht doch. Ah, ziemlich heiß, was? Ist das hier genauso heiß wie bei euch? Nee, Spaß. Ist wahrscheinlich dann noch schlimmer. Noch viel, viel schlimmer. So, was ist das hier? Was ist das? Irgendein Gefäß? Mit Verzierungen? Okay. Sieht ein bisschen aus in der Urne, aber... Wer weiß, was das ist? Sieht so aus, als ob man da oben auch noch hin könnte. Theoretisch. Frage ist, wie komme ich da hoch? Ich höre hier Tiere. Was ist... Was zum Teufel? Nee, hier komme ich leider nicht irgendwie hoch. Aber ich bin mir sicher, dass man da hoch kann. Hier, so dass da irgendwas versteckt ist. Ich habe so... So einen Verdacht. Ich weiß es nicht. Kann mich natürlich auch voll irren. Wer weiß. Aha. Verschlossen. Na klar. Na toll. Hätte ja nur sein können, dass da irgendwas ist. Hm, aber ich komme da echt nicht... Ich komme da nicht hoch. Scheiße. Kannst du mal jetzt bitte da rüber gehen? Hm. Irgendwie muss man doch da hochkommen. Schön wäre es, wenn das gehen würde. Hm. Hm, hm, hm. Ja, das ist die Bar, wo wir drin waren. Ich habe ja gesagt, es ist hier so viel... So viel, was man sich hier anschauen kann. Unglaublich. Und wenn man hier überall rauf kann, ey, dann ist ja klar, dass es lange dauert. Man weiß ja nie, was hier so versteckt ist, ne? Hey, was ist das hier? Ein Eintrag? Irgendwas? Der Brief ist noch lesbar. Zweifellos hast du davon gehört, dass mein Schiff von einem Mann der Ost-Sinien-Company zerstört wurde. Ich bitte um Vergebung, falls du um mich getrauert hast. Aber ich musste die Welt in den Glauben lassen, dass ich tot bin. Dein Sohn ist aber nicht bloß am Leben und wohlauf. Du wirst sicher erfreut sein, zu hören, dass ich mein Kapitätsamt niedergelegt habe. Ich versuche mein Glück nicht länger als Dieb. Stattdessen habe ich mich gemeinsam mit meiner tapferen Freibeutermannschaft gleichgesinnten... ...was mit meiner tapferen Freibeutermannschaft gleichgesinnten angeschlossen, um für die Freiheit einzutreten. Wir gründen eine Kolonie, in der jeder als gleich und frei angesehen wird, sowie zu... ...wupp? ...sowie tun und lassen kann, was er will. Ich habe mich dazu entschlossen, auf den Feldern und mit dem Vieh zu arbeiten, was sich sicherlich amüsiert. Es ruft in mir jedoch eine Zufriedenheit hervor, wie ich sie von zu Hause nicht kenne. Vorerst muss unser Aufenthaltsort geheim bleiben. Ich hoffe aber, dass du eines Tages herkommen kannst, um zu sehen, was wir erreicht haben. Eine Gesellschaft, die frei von jeder ungerechten Unterwerfung ist, die du stillschweigend akzeptierst. Christopher. Okay. Interessant. Ja, ich glaube nicht, dass der Vater das je erfahren hat. Sein Sohn lebt. Was tragisch ist. Was sind hier für Geräusche? Jetzt hört doch mal auf. Unten ist auch irgendwas. Kann ich mal? Ich will den Säbel da haben. Oh, geil. Oh, ich stehe auf sowas. Ich finde das richtig cool. Ist noch echt gut erhalten. Bisschen Rost dran, aber... Cool. Richtiger Piratenscheiß hier. Das würde ich so mitnehmen. Nimm das mit! Ja, der war... Der war cool. Genau. Das war nur ein Fail, aber sowas von. Ach so, das war der, den wir genommen hatten. Damit hätten wir nicht viel anfangen können. Schade. Ja, ich denke auch. Sollte er hier erst mal geheim bleiben. Oh, hier ist so ein Wetzstein, wo man die Waffen schärft. Echt cool. Echt cool. Wie viel man sich hier anschauen kann, ist ja unglaublich. Ich muss jetzt aber leider auch erst mal wieder einen Cut machen, sonst wird der Part zu lange. Ja, wir werden uns auf jeden Fall im nächsten Part hier noch weiter umschauen, ob wir hier noch ein paar Dokumente und sowas alles finden. Oder was hier vielleicht passiert ist. Vielleicht finden wir das ja heraus. Das wird ziemlich interessant, weil ich auch schon gerne wissen möchte, warum die ganzen Tiere noch angebunden waren. Und hier liegen ja noch nicht mal irgendwelche menschlichen Leichen rum. Also bis jetzt habe ich keine gefunden, außer die, die jetzt irgendwie hinterrücks ermordet wurden oder so. Aber mal schauen. Schaltet dann wieder ein im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen.